Ja, herzlich willkommen beim nächsten Video. Was ich euch jetzt zeigen will, wird mehrere Videos umfassen, nämlich wie man in Faustcode mit der Tasks.json und mit der Launch.json Datei arbeiten kann. Der Sinn hinter diesen beiden Dateien ist, dass man automatisiert sein Programm oder sein Code ausführen bzw. debuggen kann, dabei aber auch z.B. irgendwelche Default-Argumente über das Commandline übergeben kann. Also wenn wir jetzt einfach mal, ich nehme jetzt in dem Beispiel einfach eine Python-Datei, aber das ist für die anderen Programmiersprachen identisch, wo wir einfach hier dieses print hello, also dieses print hello u haben. Hier ist ja jetzt nichts Besonderes. Eigentlich ausführen den Code können wir ja bei einer Python-Datei, indem wir einfach im Terminal schreiben, Python und den Dateinamen, also testen. test.py gebe ich hier mal ein, so test.py natürlich. So, dann hätten wir das einfach jetzt hier ausgeführt. Jetzt kann es ja sein, dass wir hier mehrere Python-Dateien haben und ich will jetzt hier nicht immer im Terminal was schreiben, sondern ich würde das gerne ein bisschen besser automatisieren. Und das ist jetzt der Sinn hinter der Tasks.json und da können wir jetzt eine anlegen. Generell, wenn ihr mal nach Tasks suchen folgt, die es bei euch im Ordner gibt, da ist das Tastenkürzel gleich STRG-SHIFT-B. Da wir jetzt hier gerade noch keinen Task definiert haben, ist jetzt die Dropdown-Liste hier leer, beziehungsweise sagt, no build task to run found, configure build task. Da könnten wir jetzt draufklicken. Dann würde uns jetzt fragen, okay, oder ich würde jetzt hier auswählen, erstelle die Task.json von einem Template. Dann gehe ich da drauf und dann gehe ich hier auf others einfach mal. Und dann hätte er hier schon mal hier, und das ist auch die Location, wo die Datei liegen muss, nämlich im Pocket-Faust-Code-Ordner. Also alle Faust-Code-spezifischen Dateien liegen immer im Punkt-Faust-Code-Ordner. Und das ist jetzt hier die Task.json, oder Tasks, Mehrzahl.json, ja. Hier haben wir jetzt was vorliegen. Das Kommentar kommt jetzt hier aus dem Template, das könnte man entfernen. Hier ist aber ein Link hinterlegt, wo man sich ein bisschen was durchlesen kann dazu. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das mit der Version hier ist vernachlässigbar. Das Wichtige ist hier dieser Task-Eintrag, und das ist eine Liste. Und in dieser Liste existieren dann JSON-Objekte, und jedes dieser Objekte ist ein Task, den wir ausführen können. Jetzt hier haben wir gerade ja so einen Template-Task, der ja nicht wirklich was macht. Was der macht, oder was hier erstmal definiert ist, wir haben ein Label, das ist der Name, den wir gleich angezeigt bekommen in der Dropdown-Liste. Dann der Typ ist Shell, da das in der Shell, beziehungsweise anderes Wort für Terminal oder CMD, ausgeführt werden soll. Und beim Command definieren wir, was ausgeführt werden soll. Eine Sache fehlt jetzt nämlich noch, weil wenn ich jetzt STRG-B drücke, taucht das noch nicht auf. Das finde ich ein bisschen ungünstig gelöst, um ehrlich zu sein. Wenn ihr nochmal einen weiteren Eintrag macht, und dann zwei doppelte Anführungsstriche macht, dann seht ihr auch immer, was man hier eigentlich noch für Werte eingeben kann. ARCs wären zum Beispiel Arguments, die man an das Programm übergibt, also Command-Line-Arguments, das werden wir noch sehen. Dann gibt es Depends-On zum Beispiel, dass ein Task erst ausgeführt werden soll, nachdem ein anderer ausgeführt wurde. Das heißt, man kann so eine Reihenfolge, sag ich mal, definieren. Dann gibt es jetzt hier den Punkt Group, und da müssten wir jetzt Build einfügen, damit es mit STRG-B gefunden wird. Weil bei STRG-B ist das so gesehen ein Task, der zum Builden da ist. So, wenn ich jetzt das Schweicher und STRG-B drücke, taucht jetzt dieser Befehl auf in der Dropdown-Liste. Hier taucht nur eine auf, weil diese Task-Datei oder die Liste hier hat ja nur ein JSON-Objekt. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, wird halt das ausgeführt, was ich in diesem Task definiert habe. Und jetzt klicke ich hier kurz drauf. Wir editieren das gleich weiter. Jetzt kommt hier temporär noch kurz eine Abfrage. Nämlich, ich möchte jetzt hier einfach nichts weiteres machen. Continue without irgendwas, bla bla bla. Und wir sehen hier, es hat sich eine neue Ebene im Terminal geöffnet. Das ist mit so einem, was heißt hier, einem Schraubenschlüssel und keine Ahnung, was das andere Zeichen ist. Das ist das Zeichen für Building in Faustcode. Wir sehen auch hier den Namen. Der Name war ja Echo, das Label. Und hier haben wir jetzt gesehen, der hat das ausgeführt in der Konsole und jetzt hat er hier Hello ausgegeben. Wir können das ja nochmal kurz editieren, dass wir hier irgendwie Hello World ausgeben. By the way, diesen Task hier, der ist jetzt fertig. Und wenn ich jetzt hier irgendeine Taste drücke, wenn ich hier reingeklickt habe, steht der hier auch. Da beendet sich das. Ich drücke da einmal Enter und dann schließt sich diese Ebene des Terminals. So, jetzt können wir nochmal STRG-Shift-B drücken. Jetzt klicke ich wieder auf Echo. Wieder Continue without. Und jetzt hätte er Hello World geprintet. So. Das dazu, wie man überhaupt erstmal einen Task erstellen kann. Wir können dann hier noch ein paar weitere Sachen hinzufügen. Vor allem diesen Problem Matcher. Und hier sage ich jetzt eine leere Liste. Und wenn ich jetzt nochmal STRG-Shift-B drücke und auf Echo klicke, wird das direkt ausgeführt. Denn Faustcode wurde jetzt so implementiert, dass man, oder das Faustcode immer erwartet, dass ein Task zu, ich sag mal, einer bestimmten Programmiersprache oder einem bestimmten Skript gehört. Und das Skript, der hier ist jetzt gerade, gehört ja nicht zu irgendeiner Programmiersprache oder dieser Task gehört zu keiner Programmiersprache oder zu einem bestimmten Programm. Das heißt, der Problem Matcher ist jetzt hier einfach eine leere Liste. Ja, und so kann man erstmal einen einzelnen Task erstellen. Das ist jetzt aber einer, wo wir nichts ausführen. Also keine Python-Datei zum Beispiel. Das können wir uns jetzt gerne anschauen. Dafür kopiere ich mir einmal so einen Eintrag hier und nenne den jetzt run-python-pile. Dann fehlt dir noch die schließende, geschweifte Klammer. So, jetzt habe ich dem neuen Namen gegeben. Der soll natürlich auch einzigartig sein. Das ist immer noch shell, weil wir ja in Terminal was ausführen wollen. Was sich jetzt hier ändert, ist der Command. Nämlich 4 können wir jetzt einfach schreiben. Python. Und dann kann ich sagen, entweder können wir das jetzt machen, dass wir eine bestimmte Datei ausführen wollen oder die, die gerade geöffnet ist. Wenn ich eine bestimmte ausführen will, kann ich sagen, Dollar, geschweiftes Klammernpaar. Darüber kann man Variablen oder, sage ich mal, Werte bekommen, die über die aktuelle Verzeichnisstruktur handeln. Also zum Beispiel, was hier mit meiner ist, Workspace, Workspace Folder. Da würden wir den aktuellen Pfad zu dem Ordner bekommen, den wir gerade geöffnet haben. Slash, dann sage ich Test.py. So. Wenn ich jetzt STRG-SHIFT-B mache, haben wir jetzt ein Dropdown-Menü mit zwei Sachen. Wenn ich jetzt run-python-pile mache, sehen wir hier, hätte den Code jetzt ausgeführt. Wenn wir jetzt einfach die aktuell geöffnete Datei zum Beispiel ausführen wollen, können wir das auch machen. Dafür kopiere ich mir den Eintrag hier nochmal. Ich nenne das mal run-active-python-file. Und hier müsste ich einfach nur schreiben $file. Und da würde er dann, hier so gesehen, wo $file steht, den absoluten Pfad zu der Datei reinpacken, die wir gerade geöffnet haben. Das Wichtige ist, wir erwarten ja hier eine Python-Datei. Und jetzt gerade habe ich ja aktuell die JSON-Datei geöffnet. Das heißt, wenn ich das jetzt machen würde, würde das nicht gehen, weil das ja hier keine Python-Datei ist. Das heißt, ich müsste dann erstmal in die Python-Datei reinklicken, also die Aktiv haben hier. Und wenn ich jetzt das ausführe, würde er die Datei ausführen. Das heißt, das wären jetzt Optionen, wie ich so einen Task erstellen kann. Und was man da jetzt noch machen kann, ist, dass man dem Command-Line-Arguments übergeben kann. Das werden wir uns aber erst in einem weiteren Video anschauen. Jetzt für den Moment wollte ich nochmal kurz auf den Link hier gehen. Denn hier könnt ihr euch dann nochmal ein bisschen weiter mit durchlesen, was man da alles so machen kann. Und das Wichtige ist, hier seht ihr, was in diesem Artikel für Kategorien sind. Was ich euch empfehlen würde, wäre, dass für Custom-Tasks, Output-Behavior, Run-Behavior. Scrollen wir mal kurz zu dem Punkt hin. Ja, hier ist nochmal angegeben, was man da so machen kann. Es gibt halt noch mehr Optionen. Man kann zum Beispiel auch die Optionen setzen, was eigentlich ausgeführt werden soll. Zum Beispiel, ob man irgendein Skript ausführen will. Zum Beispiel ist das hier eine Batch-Datei, also eine CMD-Datei, was jetzt für Windows-spezifisch zum Beispiel ist. Und hier steht das alles ziemlich, ziemlich ausführlich beschrieben. Wir werden uns aber noch ein paar weitere Sachen anschauen, wie zum Beispiel das mit den Command-Line-Arguments, was man übergeben kann. Was wir uns dann auch noch anschauen werden, ist, man kann auch so ein Abfragefenster erstellen für bestimmte Werte. Das werden wir uns alles in den nächsten Videos anschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao.